Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben, einen zauberhaften Start in den Tag und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist ein besonderer Tag, sowieso jeder Tag ist besonders, aber heute um 10 Uhr geht das Mondvideo online. Und freu dich drauf, denn wir haben am Mittwoch ein krasses astrologisches Ereignis. Sonnenfinsternis, Neumond in der Waage, tiefe Aspekte der planetarischen Konstellation, die so viel krasse Energie ins Feld beamen. Das letzte Mal hatten wir das vor 10 Jahren so intensiv in der Art und Weise. Dazu aber um 10 Uhr mehr, das heißt, wenn du neu bist, lass mir gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke und sei gleich mit dabei. Jetzt gehen wir erstmal rein und heute arbeite ich mit dem schamanischen Orakel. Dieses Orakel nennt sich die weise Schamanin in dir. Ich verlinke dir das in der Videobeschreibung, falls du sagst, das finde ich cool. In diesem Sinne bitte ich um die Tagesbotschaft für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Das ging schnell. Glaube und Vertrauen über jeden Zweifel erhabene Gipfel. Alles Klärchen. Unterliegende Energie. Freunde, passend zur Neumondenergie. Die Freiheit. Freiheit ist die Kraft in dir zu sein, wer du wirklich bist. Unabhängig von dem, was das Außen von dir abverlangt. Und wir haben hier erst einmal die Karte Nummer 13, eine meiner absoluten energetischen, hoch schwingenden Zahlen, die ich so sehr liebe. Und heute ist es wichtig für dich. Glaube, Vertraue, das steht schon in der Übersicht oder in der Überschrift. Hier ist es wichtig. Hey, du stehst, deine Füße sind vielleicht gerade gefühlt in kalte Erde gegraben, aber verwurzelt mit Mutter Erde. Die Kraft bindet dich dort, wo du hingehörst. Jetzt in diesem Leben. Und sie nährt dich mit Glauben und Vertrauen. Und das darfst du heute so richtig aktivieren. Dieses Vertrauen in das Leben. Das Vertrauen in dich. Und dass das Leben immer für dich ist, egal wie herausfordernd es ist. Es muss manchmal sein, dass es irgendwo rüttelt und schüttelt am System, im Großen und Ganzen im Kollektiv, aber auch natürlich in dir. Hier geht es darum, hey, schau für dich hin. Es ist heute deine Aufgabe, bewusst in Verbindung mit dir und der Schöpfung und mit allem, was ist, zu gehen. Lausche dem Klang der Welt, diesem Urklang und dir selbst. Und dadurch stärkst du dein Vertrauen in das Große und Ganze. Such dir gerne mal ein Plätzchen, an dem du ungestört bist. Draußen oder drinnen, je nachdem, was für ein Wetter bei dir ist und wo du dich wirklich wohlfühlst. Und dann setzt du dich mal aufrecht hin, schließ deine Augen und erlaubst dir, zur Ruhe zu kommen. Und wenn du die Möglichkeit hast, deinen Blick auf etwas Ruhiges, auf etwas Erhabenes, wie zum Beispiel den Himmel oder auch Berge oder Bäume zu richten, dann lass die Augen auch gerne geöffnet. Öffne deinen Geist, indem du dir ein Licht in deinem Kopf wiederum vorstellst, das sich immer weiter ausdehnt und noch größer wird und dem Himmel wirklich entgegenstrebt. Dann öffne dein Herz, indem du deine Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum legst. Dann schenk dir ein Lächeln und atme mal lächelnd ein und aus und sprich in Gedanken die Worte, ich öffne mein Herz für bedingungslose Liebe, für die Urkraft allen Seins. Ich öffne mein Herz, mein Leben, mein System, meine Haustür. Öffne einfach alles, was dir in den Sinn kommt, für die Freiheit in dir. Und dann nimmst du nochmal so einen richtig tiefen Atemzug. Und erlaub deiner Seele Freiheit. Sei dir der Erdseele bewusst und verbinde dich mit ihr. Und dann verweile mal für einen Moment in der Stille und lasse diese Stille in dir einkehren. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper, auf deine Umgebung. Lausche diesen Urklang der Erde und der Schöpfung wirklich mal wahrzunehmen. In diesem Moment stoppt dein Denken. Wenn du vollständig, gegenwärtig, achtsam im Hier und Jetzt bist, dann bist du verbunden mit allem, was ist. Frieden, Liebe und Stille erfüllt dich in dem Moment. Nimm das mal richtig wahr. Genieße dein Sein und sei offen für die Botschaften deiner Seele, deiner Ahnen, der Engel, der Erde. Du bist im Hier und Jetzt. In deiner Ursprünglichkeit. Die Erdseele unter dir, dieses Göttliche, dieses liebende Bewusstsein über dir. Und du bist genau dazwischen. Volles, liebevolles Bewusstsein. Verweile wirklich mal in dieser Energie, solange du willst, solange du die Zeit in dich investieren möchtest. Und dann lässt du dich von diesem erhabenen Gefühl des Vertrauens, der Verbundenheit komplett durch den Tag tragen. Und wenn du dann in Zukunft mal wieder Misstrauen, Zweifel, Ängste hast und diese Schatten dich wirklich manchmal auch einmal umwerfen, dann gehst du bewusst in die Verbindung und versuchst so dein Vertrauen in dein Leben, in den Glauben wieder zu erlangen. Auch in die Welt, wenn du gerade sagst, okay, mich fordert wirklich das ganze Weltgeschehen gerade richtig heraus. Das haben hier die Schamanen dir zu sagen. Und natürlich möchte ich dir auch einen Impuls mit den Tarotkarten geben. Und da gucken wir natürlich auch rein, welche Impulse heute mit den Tarotkarten kommen. Was ist für das Seelenkollektiv heute am Samstag besonders wichtig? Worauf sollte das Augenmerk gelegt werden? Ja, es geht um Stille, um Lauschen. Sei geduldig mit dir. Sei geduldig mit dir, einen gewissen Prozess wirklich, ja, dich davon loslösen zu können. Schau dir mal die Konflikte an, die dich umgeben, die Konflikte, die du in dir trägst. Welche Stellschrauben kannst du verändern? Schau dir bitte auch das Neumond-Video gleich an, also Neumond und Sonnenfinsternis. Denn hier sehen wir schon, okay, es könnte jetzt wirklich sein, dass du nochmal reflektierst, dass du hier nochmal ganz genau schaust, wo kannst du ein Ende setzen, wo darfst du dich hier distanzieren. Guck aber auch, wo du dich schon eine lange Zeit vielleicht sogar selber versuchst, mit Widerständen gegen deine eigenen Emotionen wegzulaufen. Also all das, was dich vielleicht so ein bisschen, ja, unschön, unwohl anfühlt. Und da guck nochmal hin, was kannst du hier für dich verändern? Wo kannst du hier in die Annahme kommen? Hier geht es auch wirklich darum, zukunftsorientiert nochmal deine Wünsche dir nochmal klar zu machen. Also für deine Wünsche ins Bewusstsein zu kommen, deine Verhaltensmuster zu erkennen und vielleicht ist es wirklich das, dass du, ja, irgendwo vor Versuchs wegzulaufen. Wende dich hier dem Urvertrauen hin und das ist so spannend. Wir hatten gerade die Erdenergie und hier haben wir den König der Münzen. Wir hatten natürlich auch die Energie der Göttlichkeit und hier kommt der Hierophant. Ja, und hier haben wir nochmal den Teufel, ja, der sich gerade so ein bisschen reingrätscht. Und der könnte dich nämlich immer wieder ablenken, abhalten von gewissen Themen, die du nicht anschauen möchtest. Ja, und der Neumond, gerade jetzt mit der Sonnenfinsternis, lädt dich natürlich ein. Schau hin, gib dem ganzen Raum vor allem deinen Schattenthemen. Lass uns mal schauen, vor was kommt denn hier so ein bisschen Widerstand und ein paar Konflikte. Du hast einen Konflikt und einen Widerstand, hier eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht deinen Weg zu gehen, diesem Ruf der Freiheit wirklich zu folgen, deiner eigenen Leichtigkeit zu folgen oder die wieder zu aktivieren. Gefühlt wehrst du dich gerade, weil du vielleicht dafür wirklich auch Situationen oder Menschen hinter dir lassen darfst. Auf die Zehn Schwerter, das ist so ein abruptes Ende, das ist immer die Einladung, beende es, bevor es dich beendet. Hier wird etwas öffentlich. Es ist vielleicht auch, ja, das durch ein klärendes Gespräch, das ist ja, das ist dein Schattenthema. Das ist das, was an dir nagt. Also, schau wirklich hin im Außen, wo gibt es vielleicht auch Menschen, die dir wirklich Kraft kosten, die aus dem Hinterhalt agieren. Bewerte das nicht, sondern schaust wirklich aus einer anderen Perspektive an, denn du hast ja schließlich die Macht zu gehen. Das also heute wirklich deine Hauptthemen. Ich freue mich, wenn du in Resonanz gehst und vor allem dann auch zu erkennen, hey, wenn du wirklich in den Fortschritt gehst und das heißt einfach manchmal, ja, dass du voranschreitest und für einen gewissen Moment vielleicht wirklich Widerstände, Menschen, Konflikte mal hinter dir lässt, tust du das für dich und vertraue, dass das Leben für dich ist. Und in dem Wort vertrauen steckt natürlich auch das Trauen, also trau dich. Trau dich, eine Erfahrung zu machen und somit deine Zweifel vielleicht selbstständig über Bord zu schmeißen. Zweifel bitte niemals an deinem Wert und an deinem Sein, denn du bist genau richtig, so wie du bist. Und wenn du für dich erkennst, ja, meine Seelenessenz ist genau richtig und tut es auch genau richtig, mit all deinen Ecken und Kanten wie ein Diamant macht es dich zu einem funkelnden Unikat. Und dennoch, wenn dir etwas auffällt, wo du selber sagst, oh Mann, das haut mich echt um, ich will das nicht mehr, dann nimm erstmal dieses Muster an, sei dankbar, dass du es erkannt hast und dann kannst du dann deinen Weg wählen. Und stell dir dazu die Frage, was möchtest du denn stattdessen? Denn wir Menschen haben immer die Fähigkeit zu sagen, was wir nicht wollen. Doch auch du darfst lernen, mal ganz klar auszusprechen, na was willst du denn? Denn aus Gedanken wird Materie. In diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten und ich freue mich, wenn du natürlich dir gleich dann auch die Neumondlegung anschaust, wo weitere Impulse auf dich warten. Schön, dass es dich gibt und ich sage bis später.